Hallo und labende Grünen. Grüße, herzlich willkommen bei Jörns Tafelschmaus mit Jörn und das bin ich. So, jetzt sind wir hier im Stream wieder auf meinen ursprünglichen Mittwoch gezogen. Ich musste jetzt die ersten Wochen nach Streambeginn erstmal auf den Dienstag gehen wegen kollidierender privater Termine. Und jetzt bin ich aber wieder zurück auf dem Mittwoch und ich begrüße euch sehr herzlich zur heutigen Ausgabe von Jörns Tafelschmaus. Und ich hoffe, ihr habt viel Hunger mitgebracht und falls ihr viel Hunger mitgebracht habt, hoffe ich, dass ihr euch auch selber was zu essen besorgt habt. Denn ich kann euch leider nichts abgeben und das möchte ich auch gar nicht, denn ich bin ein verfressenes Schwein. So, und wieder einmal freue ich mich, dass ihr hier seid und ja, was bietet sich einfach immer wieder an ein Format, wo man fertig essen ist. Es ist die gute alte TK-Pizza und morgen, also jetzt auf den Tag, wo ich streame, also jetzt bezogen, nicht falls ihr irgendwann das Video die seht, morgen wird der neue Ghostbusters Film anlaufen mit dem Titel Frozen Empire. Naja, und natürlich möchte man ja Dinge nicht nur mit Trailern vermarkten, nein, man bringt auch irgendwelche Produkte heraus, die vielleicht irgendwie damit zu tun haben könnten. Und man fragt sich natürlich, wo spielen die Ghostbusters in New York und was wird in New York oft gegessen, fragt die Ninja Turtles Pizza. Da haben wir es, die Ghostbusters Pizza von Gustavo Gusto. Ja, leider, ich habe gar kein Ghostbusters T-Shirt, deswegen habe ich einfach ein Star Wars Shirt angezogen. Ich hoffe, ihr seht mir das nach. Ja, Gustavo Gusto und die ganze, bevor wir uns gleich nochmal dem näher dem Produkt widmen, die ganze Pizza sieht auch so aus. Ganz frisch aus dem Ofen geholt auch noch. Sehr heiß noch unter dem Teller, deswegen muss ich die einmal vielleicht wegnehmen. Eieiei, okay, jetzt ist das Bild dann irgendwie so blau geworden, das wird bestimmt gleich wieder besser. So, und bevor wir uns dem heutigen Produkt widmen, ach so, übrigens vielleicht noch, ich habe auch heute wieder ein Getränk des Tages. Und dies wird sein, wo wir ja so amerikanisch unterwegs sind, Dr. Pepper, und zwar Dr. Pepper Vanilla Float. Und ich bin äußerst gespannt, was mich hier erwartet. So, ich möchte mal kurz eine Werbung in eigener Sache für einen zukünftigen Stream machen, wo ich leider noch kein Datum habe. Ich möchte es trotzdem schon mal antiesen. Der liebe Björn, den ihr jetzt auch länger nicht mehr im Stream gesehen habt, weil er mit anderen Dingen beschäftigt ist, unter anderem dem Podcast Hörspiele sehen, den er mit Christoph Thiemann zusammenführt und damit sehr viel Arbeit hat und deshalb auch eben weniger im Stream, im Moment ja auch gar nicht im Stream zu sehen ist. Der wird bald mit mir hier zusammen ein Spiel spielen, auf das wir schon Jahrzehnte warten. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt, aber dieses wundervolle Schmuckstück habe ich hier bekommen, ist gestern angekommen. Und das werden Björn und ich irgendwann in naher Zukunft, das kündigen wir euch dann überall auf unseren Netzwerken natürlich mal an. Und dann spielen wir dieses wundervolle Spiel Plumbers Don't Wear Ties von 1993. Gilt als eins der schlechtesten Spiele aller Zeiten. Und das ist jetzt nochmal neu aufgelegt worden in einer Remastered oder Definitive Edition. Und das werden wir auf jeden Fall bei dem Film erzeugen. Da freue ich mich schon sehr drauf. Falls ihr noch nichts von dem Spiel gehört habt, schaut euch das Video vom Angry Video Game Nerd an und dann seht ihr, was das für ein Schund ist. Aber so viel zum Zukunftsgeplänkel. Wollen wir einmal zu unserem Produkt des Tages kommen. Und zwar der Ghostbusters New York Style Pizza. Peperoni Salami und Double Cheese. Double Cheese würde ich jetzt nicht unbedingt brauchen, aber vielleicht ist es ja auch nur Analog Käse. Und ja, wie gesagt, morgen wird der neue Ghostbusters Film anlaufen, Frozen Empire. Ich weiß nicht, wie viele von euch den letzten Ghostbusters Film gesehen haben, der im Gegensatz zu dem 2016er Machtwerk, den ich wirklich ganz, ganz furchtbar finde, ja wirklich im selben Filmuniversum wie die originalen beiden Teile spielen, Ghostbusters Legacy. Ich weiß nicht, wie viele von euch den gesehen haben. Ich habe den nicht im Kino geschaut. Wir haben den im Nachgang gesehen. Björn hatte sich den damals geholt und dann habe ich, er hatte den schon geguckt und fand den ganz gut und dann haben wir zusammen nochmal geguckt. Auch, Christoph, du musst dich nicht entschuldigen. Dafür bin ich ja immerhin noch da. Und dann dachte ich mir, ich nutze es zumindest, um ein bisschen Werbung für einen Podcast zu machen, der auch wirklich sehr schön ist. Ich habe die letzte Ausgabe auch gehört, die Frankenstein-Ausgabe. Und sehr sympathisch, der Podcast. Und zwar hat auch wirklich sehr viel Spaß gemacht, euch zuzuhören. Vor allem der Stimme eurem neuesten Ensemble-Mitglieds. Also musst dich nicht entschuldigen. Björn ist ja für einen guten Zweck dann nicht da. Genau. Also nochmal kurz zu dem Produkt. Also ja, wir vermarkten einfach mal den Film mit Tiefkühlfraß. Und ich weiß nicht, ob ihr den mochtet, Ghostbusters Legacy. Ich fand ihn tatsächlich ganz charmant und mir hat er auch Spaß gemacht zu gucken. Und ich habe ihn zweimal gesehen und hoffe, dass der neue Frozen Empire auch ein bisschen was zu bieten haben wird. Das werden wir dann ab morgen sehen. Oder wenn ihr dieses VOD erst in mehreren Jahren zufällig nochmal auf YouTube findet, dann haben wir das wahrscheinlich schon gesehen. Wie fand ich Legacy und was erwarte ich von Frozen Empire? Das ist eine gute Frage. Also ich hatte jetzt gerade schon gesagt, was sich von Legacy hielt. Ich fand ihn tatsächlich sehr charmant. Es ist eine Sache mit diesem Coming-of-Age. Da war ich nie der Riesenfan von. Das muss man können. Es gab immer gute Sachen. Die Goonies fand ich schön. Das ist natürlich auch die Zeit, mit der ich aufgewachsen bin. Aber ich fand oftmals diese Coming-of-Age-Sachen ein bisschen nervig, weil Kinder oft nervig geschrieben sind. Ich finde, man hat es in der jüngeren Vergangenheit tatsächlich häufiger mal gut hinbekommen, das schön auf den Screens zu kriegen. Ich mochte Stranger Things sehr gerne. Ich mochte die erste S-Verfilmung sehr gerne. Den zweiten fand ich sehr grausig aus irgendeinem Grund. Aber den ersten mochte ich und da hat es funktioniert. Und auch bei Ghostbusters Legacy. Alles, was ich aufgezählt habe, ist mit Wolf Finnhardt. Ghostbusters Legacy, Stranger Things und S-Part 1. Vielleicht ist er das Puzzlestück, das gefehlt hat. Ich mochte den Film, der war nicht zu albern. Der 2016er, das hatte ich gerade schon erwähnt, fand ich wirklich, der war schon über die Grenze schlecht. Also die Gags waren unterirdisch, die Figuren waren schlimm. Und jetzt hat man gesagt, wir gehen wieder ins selbe Universum zurück wie der alte Film. Versuchen auch ein bisschen eine kleine Liebkosung hinzubekommen. Was man mit dem Ende mit, ich will jetzt nicht zu sehr spoilern, aber was man mit dem Harold Ramis-Charakter Egan auch ganz gut geschafft hat. Und man hat es auch geschafft, die Kinder relativ charmant zu halten und sympathisch. Und man fieber mit denen mit. Also ich würde Legacy tatsächlich empfehlen. Was erwarte ich von Frozen Empire? Ich finde den Trailer ganz witzig und wirkt auch sehr gruselig tatsächlich. Und ich bin gespannt, wie sie den Mix hinbekommen. Es hat ja schon ein paar Mal funktioniert bei Ghostbusters. Ich hoffe, es funktioniert mit dem charmanten Cast. Und ich fand der Trailer sah gut aus. Jetzt kommt es nur darauf an, wie gut das Skript war. Also ich erwarte zumindest einen Film, der mich irgendwie unterhält. Es wird jetzt wahrscheinlich kein Film sein, der die Filmgeschichte neu schreibt. So, aber zum Produkt... Wenn Ghostbusters Legacy Frozen Empire vielleicht nicht gut ist, wie ist denn die New York Style Pizza? Wird eigentlich ein Ghostbusters Free Pizza gegessen? Ich weiß es nicht. Ich habe die gesehen und dachte mir, ey, das bietet sich so an, die für den Tafelschmaus mitzunehmen. Jetzt sage ich euch erstmal den Preis. Das gute Stück kostet nämlich 4,69 Euro. Also für eine Tiefkühlpizza durchaus ordentlich. Auch wenn man es sogar mit den Markenprodukten von Dr. Oetker etc. vergleicht. Finde ich 4,69 Euro natürlich schon recht happig. Aber die ist auch ziemlich groß, die Pizza. Das Art-Druck ist jetzt natürlich erstmal schön, cool und schlicht. Man hat hier so ein halbes Ghostbusters Logo. Da haben wir noch eins hinter mir am Floaten. Und dann wollen wir uns mal anschauen, was wir hier noch haben. Hier haben wir natürlich dann nochmal andere Sachen, die für die Vermarktung dienen sollen. Einmal selbst durch New York Geistern. Und hier ist tatsächlich nochmal ein Gewinnspiel drin. Dass man im Zuge des Filmes und zum Verkauf der Pizza nochmal anfeuern wollte. Also okay. Aber hier hat man diese kleinen süßen Marshmallow-Männer, die glaube ich auch bei Legacy schon vorkamen. Und hier nochmal den bekannten Slimer, der ja auch in der Zeichentrickserie, von der ich nie weiß, war die eigentlich Kanon oder war die nicht Kanon? Zu sehen war da auch so einer der Hauptcharaktere. Die Pizza zum Film. Lesen wir uns nochmal durch, was hier für eine kleine Selbstbeweihräucherung auf der Verpackung steht. Der neue Ghostbusters Film jetzt anschauen, geht erst ab morgen. Geister treiben ihr Unwesen in New York City und frieren die ganze Stadt ein. Alle Hoffnung ruht auf einer kleinen Feuerwache und den Ghostbusters. Erlebe die Fortsetzung der legendären Filmreihe und hole dir ein Stück gefrorenes New York nach Hause. Unsere Blockbuster-Pizza im New York-Style mit feinem Mozzarella, köstlichem Cheddar und würziger Peperoni-Salami. Eben genau so, wie man Pizza in New York liebt. Aber Vorsicht, die New York-Style-Pizza ist so schrecklich köstlich, dass Slimer und seine unheimlichen Freunde nicht weit sind, sobald es anfängt, unwiderstehlich aus dem Ofen zu duften. Okay, also falls ihr hinter mir gleich irgendwie einen Klasse-5-Dunst sehen solltet, dann warnt mich einmal im Chat. Das wäre sehr nett. So, Zubereitungsempfehlung. Pizza aus der Verpackung nehmen bei 250 Gramm vorheizen, ohne Backpapier und dann 6 bis 10 Minuten. Also relativ volle Power und dann 6 bis 10 Minuten, ein bisschen kürzer als es bei den üblichen Pizzen der Fall ist. Und da haben wir die Nährwertangaben, was für uns wieder sehr wichtig ist, auf 100 Gramm. Ich gucke gerade mal, eine Pizza in diesem Bereich, in diesem Bereich, also aus dieser Fassung hat 465 Gramm, also durchaus ordentlich. Und 100 Gramm haben 236 Kilokalorien. Also wenn ich die ganze Pizza auffuttere, das mal 4,65. Ihr dürft das für mich ausrechnen. Interessant. Also da hat man auf jeden Fall einiges auf den Hüften, wenn man sich eine dieser Pizzen komplett reinzieht. Und ja, das versuche ich dann einfach mal. Steinofenpizza nach italienischer Art mit Tomatensauce, laktosefreiemem schnittfestem Mozzarella. Okay. Peperoni-Salami und rotem Cheddar, teilweise vorgebacken und tiefgefreundet. Jetzt sind wir bei den Zutaten. 47% Teig, Weizenmehlwasser, Olivenöl, Salz, Frischbackhefe. Das Typische. 23% Tomatensauce, Tomaten, Tomatenbüree, Wasser, Salz, nochmal natives Olivenöl, extra Gewürze. 18% laktosefreier Mozzarella. Okay. 9% Peperoni-Salami. So, dann haben wir noch Gewürze und so weiter. Und so weiter. Kann Spuren von Eiern, Fisch, Soja, Sellerie, Lupino und Senf enthalten. Interessant. Da werden also sehr viele Sachen weiterhin auch zubereitet. So. Und jetzt wollen wir uns dem guten Stück doch einmal widmen. Die Pizza ist auch tatsächlich etwas zu groß, um komplett auf meinen Teller zu passen. Und heute, meistens esse ich ja mit Messer und Gabel, habe ich vorsichtshalber auch mitgebracht, aber heute habe ich mal Lust, die Pizza mit dem Pizzaschneider zu schneiden und ein Stück davon zu essen. So. Das ist heute mein Ding. Sonst seht ihr mich ja hier immer total zivilisiert. Mit Messer und Gabel und der Serviette und dem Letzchen vor allem, damit ich ja nicht kleckere. Ihr wisst, wie geschickt ich bin. Da kann schon mal das eine oder andere Stück auf der Tastatur oder meiner Hose oder meinem Shirt, uh, ich hoffe, das habt ihr nicht gehört, oder meinem Shirt landen. Und deswegen brauche ich normalerweise ein Letzchen. Heute habe ich keins. Dann hoffe ich, dass ich trotzdem mit den Fingern essen kann. So. Wir sehen hier, ist ein bisschen weicher. Außen auf jeden Fall auch etwas knuspriger, aber hier etwas labriger. Gefällt mir eigentlich ganz gut, aber ist das die Pizza im New York Style? Das finden wir jetzt auf jeden Fall heraus. Wie schmeckt das Ganze denn? Also die Peperolensalami, die ist wirklich würzig. Die schmeckt wirklich gut. Da ist auch, also die Tomatensauce, ist definitiv nicht zu wenig drauf. Der Käse ist nicht zu geschmacksdominant, was ja eine Sache ist, die bei mir Abzüge bedeuten würde. Ich esse jetzt hier mal ein Stück, wo keine Salami drauf ist. Und wir haben die runter. Die Tomatensauce, habe ich in die Verpackung hingetan. Ja. Da merkt man wirklich, dass die Tomatensauce auch gut gewürzt ist. Die haben wir nicht einfach irgendein lasches, Tomatenmark auf die Pizza geschmiert. Ich meine, die Pizza kostet 4,69 Euro, was ja für eine Tiefkühlpizza recht teuer ist. Und da ist wirklich Geschmack hinter. Ich esse jetzt hier mal ein Stück von der Salami, einfach pur, dass das mir gerade runtergefallen ist. Aber von meinem Boden kann man essen. Ich nehme mal eine ganze, das war so eine halbe. Sehr würzig. Und nicht zu scharf. Das ist ja immer so eine Sache. Ich glaube, es gibt Leute, die können das als zu scharf ansehen, aber dafür ist es Peperoni Salami. Ich glaube, dass die meisten Leute, die auch nicht unbedingt, und scharfes Essen bevorzugen, trotzdem mit dieser Schärfe klarkommen werden. Also ich muss sagen, bis jetzt überzeugte mich auf ganzer Linie. Jetzt der Rand. Was ich ja glaube ich immer frage, seid ihr Randesser oder nicht? Ich finde, der Rand gehört zur Pizza richtig dazu. Und ich finde es geil, wenn der knusprig ist. Vor allem, wenn es so ein Blauern der beiden verschiedenen Elemente ist. Knusprig außen und ruhig ein bisschen weicher innen. Das kann man immer machen. Ich glaube, es ist nicht der beste Pizza-Rand, den ich je gegessen habe. Wir hatten ja hier schon mal sehr gut bewertete Tiefkühlpizzen. Und ich glaube, da war es noch ein bisschen besser, aber der ist trotzdem gut. Und ich esse die Pizza und habe Bock auf mehr. Immer ein gutes Zeichen. Oder auch nicht. Tiefkühlpizzen. ich weiß noch nicht genau wie ich sie bewerten soll deswegen nehme ich mir einfach noch ein stück um ganz sicher zu gehen ein bisschen kleiner diesmal ja ich mag das ja wenn die pizza so ist die muss dann runter hängen und die zubereitungsempfehlung ist auch genau richtig viel kürzere zeit ist durch aber nicht zu zu dunkel in der mitte oder zu knusprig haben wir ja ich vertrete mich gern muss man weil sie tut es mir durchaus an und wir hatten ja schon diese super marion details pizzen und für pizza mit schiffke pizzer fand ich die tatsächlich noch ein bisschen besser als diese hier das ist eine gute schiffke pizza aber ich würde sie nicht am peak sehen nicht an der spitze des tk pizza olymps trotzdem so guter befolgen wir zur bewertung kommen trinkt man noch als getränk des tages es ist die american football edition dr pepper vanilla float 0,33 liter da haben wir auf für eine dose 108 kilokalorien auf 100 milliliter runtergebrochen 33 kilokalorien koffeinhaltiges erfrischungsgetränk mit vanillegeschmack ich finde ja wenn ich einen softdrinks mit so einer farbe ich bin nicht direkt angetan wo ich bin also vanillacoke ich hatte ja haben diese cherry vanillacoke hier ganz ganz verrücktes zeug was hat zucker kohlensäure farbstoff sorgensmittel phosphorsäure aromen aroma koffein das ist da drin was ist was macht das getränk hier so eigen frage ich mich das gute geräusch ich liebe es ja so dann riechen wir einmal dran krieg ich erstmal nicht wie nahrungsmittel okay ich glaube ich muss ich muss noch einen schluck probieren ich hatte ich weiß gar nicht glaube ich habe hatte schon mal dr pepper hier mit cherry die ist auch glaube ich ganz gut weggekommen ich sage ja auch immer bei so softdrinks und bei süßigkeiten finde ich es gar nicht so schlimm wenn das künstlich schmeckt und das tut dr pepper aber dieser künstliche geschmack mit dem vanille aroma dabei also meins ist es nicht ich glaube da gibt es sogar andere soft getränke mit vanille aroma die ein bisschen besser sind aber dr pepper ich weiß nicht für mich ergänzt sich das nicht gut der typische dr pepper geschmack mit dem vanille aroma ist auf jeden fall auf anhieb nicht meins ich will jetzt erst mal weg und dann kommen wir zur bewertung aber vielleicht macht es das ganze auch nur noch interessanter ich kann nicht mal genau beschreiben weil du schreibst weil du mich hier zitiert mit einem richtig viel lebensmittel ich könnte nicht mal genau sagen was ist es denn es riecht so ein bisschen wie wenn ich eine actionfigur ganz frisch aus der verpackung auspacke so so ein bisschen riecht das was ich hier mit dem erst gerne machen könnte aber der bleibt hier schön in der verpackung ungefähr also so wie ich mir vorstelle der hat ja auch eine ähnliche farbe das gerne da könnte ja vanille sein und so wie ich mir vorstelle wie das riecht so wie ich mir vorstelle wie das riecht so riecht das hier ich habe genau den geruch des todes so kommen wir mal zur bewertung also ich sag mal direkt also ihr habt ja schon mitbekommen ja die pizza die ist jetzt gut weg gekommen bei mir die ist nicht das peak die guten super mario pizzen also zumindest die triple salami die es damals gab jetzt es ist aktuell zur zeit zum zeitpunkt dieser aufnahme gibt es ja auch wieder super mario pizzen eine von denen die schon gab wie eine vierfach käse und eine neue dies nicht gab mit schinken glaube ich und dafür ist eine andere weg und die ähm ich glaube pizzatainment heißen die ja und da hatte ich die turtles pizzen mal da und die super mario pizzen und die sind für tiefkühlpizzen wirklich sehr gut keine angst ich packe die nicht aus aber auch wenn die ähm super mario will ich jetzt schon sagen die äh ghostbusters pizza da nicht ganz heranreicht muss ich doch sagen reicht es durchaus aus es reicht durchaus aus zu sagen hey wegen der pizza gucke ich mir den film an und was mich sehr überzeugt hat ist äh dass auch die bereiche wo ich jetzt keine salami oder sowas drauf hatte also wirklich nur tomatensauce der geschmacksträger war dass es sehr sehr würzig war und die tomatensauce an sich schon sehr viel würze bietet ich mochte die konsistenz im innenbereich total gerne die äh der rand da hatte ich schon besseren der hätte von mir aus durchaus noch ein bisschen knuspriger sein können der war gut aber der war nicht absolut on point perfekt für eine tk pizza so wie wir das hier einmal schon mal bei uns in der rubrik hatten deswegen gibt es hier leichte abzüge aber wirklich nur leichte äh wenn ihr bock auf eine tk pizza habt und ihr findet die also die ist ja recht groß mit 400 was war das 69 gramm klar ne in 465 gramm ja entschuldigung 465 gramm alles natürlich mit 4 euro 69 auch ein stolzer preis von tiefkühlpizza ich sage trotzdem die hat mir auf jeden fall gefallen die gibt bei mir nicht die 10 aber die 9 darf sie haben die wie heißt die firma nochmal gustavo gusto ne gustavo gusto ghostbusters pizza so und zu unserem getränk des tages äh ja was ich jetzt äh schon ein paar mal ähm mit eher unschönen dingen verglichen habe die jetzt nichts unbedingt was mit essen zu tun haben ja also das ding hier ähm ich glaube man das ist so ein das kann nur die mama lieben also nur äh das Haus Dr. Pepper oder wenn man der größte Dr. Pepper Fan an sich ist dann steht man da vielleicht drauf also ich trinke die Dose aus ich muss mich jetzt nicht erbrechen ähm aber es schmeckt auch einfach nicht gut dieser Dr. Pepper dieser sehr künstliche Dr. Pepper Geschmack die ich finde Dr. Pepper hat einen noch künstlicheren Geschmack als andere Colas wie Coca-Cola oder Pepsi oder so und das kombiniert sich in meinem Mund gar nicht gut mit dem Vanilla Aroma zusammen da gibt es bei mir tatsächlich nur eine 4,5 also noch kurz vor die Rechnung bitte aber das ist für mich nichts Dr. Pepper wie heißt die Vanilla Float von mir keine Empfehlung ist wirklich wirklich nicht meins ach ja dafür habe ich noch über eine halbe Pizza eine halbe Pizza und das hier dann könnte ich jetzt hier sitzen ohne was zu sagen in die Kamera schauen und die Pizza aufessen aber dann überziehen wir heute fast on point heute 28 so ist das finde ich mal nur ein einziges Produkt plus Getränk des Tages in der Sendung habe dann überziehe ich auch mal nicht und heute wäre es vielleicht mit der Zeit sogar ein bisschen zu großzügig gewesen aber das Gute war ja dass wir uns jetzt auch ein bisschen über Ghostbusters Legacy unterhalten konnten habt ihr Bock auf Frozen Empire oder Frozen TK Pizza von Ghostbusters schreibt es in die Kommentare ich bedanke mich sehr 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 herzlich fürs Zuschauen ich hoffe ich konnte euch einen Tipp geben was ihr essen und was ihr nicht trinken solltet das geht nicht so gut wie jetzt müde los sind werdet die Leute wir machen jetzt Untertitelung des ZDF, 2020